Allah wusste schon immer alles, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, die Anzahl der Geschöpfe und die Anzahl der Handlungen, der Gedanken, verborgen und geheim jedes einzelnen Geschöpfes. Jedes Wort, jedes Laut, was von einem Geschöpf ausgesprochen wird, außer dass er es weiß. Kein Blatt fällt nieder ohne sein Wissen. Kein Senfkorn. Nichts, was in der Größe eines Korns oder eines Atoms ist, in dem Himmel oder auf der Erde, außer dass es in einem deutlichen Buch verzeichnet wird. Alles, was Allah sämtliche Geschehen ist. Die Taten, bevor sie geschehen. Die Gedanken, bevor sie gedacht werden. Und was noch geheimer ist als dieses. Alle Menschen von Adam bis zum Tod, bis zum jüngsten Tag, bringen sie alle zusammen. In ihren verschiedenen Orten und in ihren verschiedenen Zeiten und in ihren verschiedenen Dialekten und in ihren verschiedenen Sprachen und in ihren verschiedenen Gedanken. All das. Wie viele Milliarden von Menschen gibt es, steigt zu Allah auf, als ob es nur eine einzige Stimme, eine einzige Sprache und als ob es zum selben Moment hoch ist. Nichts entgeht Allah, subhanahu wa ta'ala. Jedes Ereignis, außer dass Allah es erfasst hat. Und die Kuffar, all die sich hochmütig verhalten auf dieser Erde und stolzieren, als ob die Erde ihnen gehört und stolz auf ihre Errungenschaften, auf ihre Zivilisationen, auf ihre Fortschritte sind. Bringt die Wissensten von ihnen. Bringt die besten Techniken von ihnen. Schockt alle zusammen. Sie können noch nicht mal die Ereignisse einer einzigen Stunde zusammenfassen. Nicht von der Welt. Von einem Haus. Einem Haus. Ich sag nicht von einem Land. Ich sag nicht von einer Stadt. Ich sag nicht von einem Dorf. Von einem Haus. Einem Familienhaus. Schaffen sie nicht alle Ereignisse restlos zu erfassen. Mit all ihren Techniken und bringen sie alle. Während Allah, subhanahu wa ta'ala, von allen Zeiten, allen Orten, von jedem Geschöpf, alles genau erfasst hat. Schaut. Und den Himmel haben wir mit Kraft erbaut. Und wir dehnen ihn stetig aus. Schaut, wie Allah seine Macht demonstriert und auf sein Wissen und auf die Wahrhaftigkeit des Korans hindeutet. Denn vor 1434 Jahren konnte niemand wissen, dass das Universum expandiert. Allah hat uns diese Zeichen gezeigt, die auf seine Macht hindeuten. Und die auf sein allumfassendes Wissen hindeuten. Und auf seine Weisheit und Gerechtigkeit in der Planung und Organisation der Himmel und der Erde. Zuflüchtet zu Allah. Zuflüchtet zu Allah. Zuflüchtet zu Allah. Denn ich bin euch von ihm ein deutlicher Wahner. Und die Lehrerin haben gesagt, die Flucht bedeutet, dass rasche, schnelle und eilige Verlassen eines Ortes, worin sich eine akute, katastrophale und gefährliche Katastrophe besitzt. Sodass es nicht ausreicht, dass man einfach rausgeht. Einfach verlässt, ganz normal. Und es reicht doch nicht aus, dass man läuft. Man muss flüchten. Wegen der dringenden und akuten Gefahr und der Katastrophe, die sich in diesem Ort befindet. Und Imam Qurqubi sagt, es gibt eine Katastrophe, die ist schlimmer als die Katastrophe des Todes. Welche Katastrophe? Er sagt, die Katastrophe, die Unachtbarkeit gegen den Tod. Wenn ein König den Kopf verlangt, du läufst nicht zum König, sondern du läufst von dem König weg. Wenn eine Krankheit dich jagt, dann gehst du nicht zu den Orten, wo die Krankheit verbreitet ist, sondern du verlässt die Krankheit. Wenn du, wenn irgendjemand den Schaden will, oder wenn irgendjemand, du weißt, sein Schaden, das Ausmaß, sein Schaden ist groß, verlässt du. Außer wenn die Länder Allah. Wenn man ihn fürchtet, wird es nur einfach. Und die ist zu ihm. Und wer dem Rufer Allahs nicht antwortet, er wird kein Erdkommen auf der Erde haben. Kein Erdinnen. Wir sind völlig unter der Verfügunggewalt Allahs, subhanahu wa ta'ala, in jedem Augenblick unserer Augenblicke, ob wir das realisieren oder nicht.